Eishockey hat ja bei den Frauen, obwohl man WM-Bronzer gewonnen hat, obwohl man in Sochi Olympia-Bronzer gewonnen hat, die Frauen die grosse Anerkennung noch nicht bekommen. Man kämpft darum. Wir sind bei den Bazzi Ladies in der Swiss Arena im Training zuschauen. 24 motivierte Spielerinnen zählen zum Team der Bazzi Ladies. Gespielt wird in der Swiss Women's Hockey League B. Ähnlich wie beim Fussball müssen sich Damen im Eishockey gegen starke Vorurteile wehren. Kritiker werfen vor, es sei langsam und uninteressant. Der Kritik zum Trotz wird aber Frauenhockey in der Schweiz immer populärer. Ich denke, es ist sicher mehr geworden wie auch schon. Es wird sicher auch gefördert durch diverse ehemalige Spielerinnen wie Florence Schelling, Daniela Dias, die mit Gewillen im Verband ist, und Kathrin Lehmann, die sich auch mit ihren Mädchen-Camps engagiert. Es sind alles Leute, die eine mediale Präsenz haben, die dem Frauenhockey irgendwie ein Gesicht geben, das extrem hilft, um das Frauenhockey populärer zu machen. Zweimal pro Woche wird trainiert. Das neben der Schule, der Ausbildung oder dem Beruf. Dabei sein ist alles. Die Motivation im Team ist gross. Der Teamgeist ist mega cool. Und auch, dass wir neben dem Eis so viel zusammen machen, das ist wirklich sehr Teamgeist fördernd auch. Und ja, man merkt auch auf dem Eis, dass wir auch wirklich als Einsteam auftreten und immer füreinander da sind. Und jede geht für jede. Dass es ruhiger zu und hergeht, liegt sicher auch daran, dass im Vergleich zum männlichen Bada Bodychecks verboten sind. Mit dem Team ist auch die tschechische Nationalspielerin Simona Studentova. Zur Vorbereitung der Olympiaden trainiert sie auch noch bei den Jungs. Die Basi Ladies leistet auf und neben dem Eisen Haufen, um ihre Leidenschaft auszuüben. Als Zubassensort-Frauen haben wir uns auch engagiert und haben zusammen mit anderen noch einen Förderverein für Mädchenhockey gegründet. Wir machen sehr viel Werbung auf den sozialen Medien, es gehen aktiv die Mädchen an. Aber es ist schon sehr viel Arbeit dahinter, Nachwuchsspielerinnen zu akquirieren. Spiel mag langsamer sein, dafür aber überzeugen die Ladies mit einer ausgefüllten Spieltechnik, einer ausgezeichneten Reaktionsfähigkeit und mit ganz viel Herzblut und Leidenschaft. Herzblut und Leidenschaft, Katrin, ohne das geht es nicht, oder? Nein, das ist Benzin für alles und das sollte ich nie ausgehen. Für mich ist es auch einfach die Grundselbstständlichkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.